Hi, mein Name ist Newt Schöning, ich bin 21 Jahre alt und habe gerade erfolgreich mein zweites Jahr in Communication Science an der University of Twente in den Niederlanden abgeschlossen. Und das hier ist mein Bewerbungsvideo. Vielleicht reden wir zunächst aber erstmal über den Elefanten im Raum. Hierbei handelt es sich nämlich um eine Monstera Deliciosa, das ist eine sehr beliebte Zimmerpflanze. Enius, deine Zähne, deine Zähne, Digga. Ah, hm. Gut, long story short. Vor ein paar Wochen hatte ich einen ziemlich miesen Fahrradunfall, habe mir damals dreimal den Kiefer gebrochen und drei Schneidezähne verloren. Weil die Heilung von Kieferbrüchen in diesem Ausmaß leider auch ein relativ langwieriger Prozess ist, hieß das auch, dass ich mein Auslandssemester, was Ende diesem Monat bereits in Mexiko gestartet wäre, leider absagen musste. Aber genug geredet über mein Erscheinungsbild. Weiter geht's mit meinen Skills. Als sogenannter Digital Native fühle ich mich in der Online-Welt wie zu Hause. Und das vor allem in diesem Format. Denn so produziere ich nicht nur kurze Videos für die offiziellen Social-Media-Accounts meiner Universität, sondern seit meinem Fahrradunfall auch für meinen ganz eigenen TikTok-Account. Die meisten dieser Videos sind Suppen-Koch-Tutorials. Ganz nach dem Motto, How to richtig geile Tomatensuppe. Hi, was geht, ich bin Nils und ich habe einen dreifachen Kieferbruch. Und insgesamt konnte ich damit mittlerweile über eine Million Leute erreichen. Grundsätzlich hätte ich aber genauso viel Lust daran, mein Skillset auf andere Arten von Medien auszuweiten. Auch sowas hier zum Beispiel. Entscheidend ist, ich kann mich für super viele Dinge begeistern, habe Bock mich in neue Sachen reinzufuchsen und besser an dem zu werden, was ich eh schon die ganze Zeit mache. Und ich würde mich freuen, wenn ihr mir mit einem Praktikum die Möglichkeit dazu geben würdet.